Wolfkraft geht neue Wege bei der Qualitätsprüfung und Sicherung seines Lochsägensortiments. Um das Vertrauen des Verbrauchers in die Lochsägen zu stärken, werden dazu neue Testverfahren angewandt, die in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland konzipiert wurden. Hierzu baute die hauseigene Schlosserei drei vollautomatische, vom Mensch nicht im Ergebnis zu beeinflussende Prüfapparaturen. Der von Wolfkraft beauftragte TÜV Rheinland begleitete und dokumentierte die erste Testreihe entsprechend. Qualität ist uns sehr wichtig, damit der Endverbraucher mit unseren Lochsägen auch genau das erledigen kann, wofür er unser Produkt gekauft hat. Um diese Qualität zu demonstrieren, werden die Produkte auf Herz und Nieren geprüft. Bei den regelmäßig durchgeführten Testserien müssen die verschiedenen Lochsägen und Bohrkronen eine im Prüfprotokoll festgelegte Anzahl von Löchern in unterschiedliche Materialien schneiden. Anders als bei der praktischen Anwendung durch einen Endverbraucher wird bei diesen maschinellen Tests immer der gleiche Anpressdruck ausgeübt. Wir haben die Qualitätssicherung im Bereich des Lochsägensortiments weiterentwickelt. Um den Faktor Mensch gänzlich aus dem Prüfverfahren auszuschließen, werden die Tests im Wolfkraft-eigenen Prüflabor maschinell durchgeführt. Dies ermöglicht konstante Prüfbedingungen und somit auch vergleichbare Messergebnisse. Die Zeiten jedes Schneidvorgangs werden exakt gemessen und die Maßhaltigkeit der Löcher wird überprüft. Anschließend werden die Werte in Prüfbögen eingetragen, um die Ergebnisse zu dokumentieren. Die Tests erfolgen mit zufällig ausgewählten Modellen der einzelnen Lochsägentypen. Dabei bleiben die Prüfkriterien gleich. Nur die Materialien werden auf die jeweiligen Lochsägen entsprechend angepasst. Mit diesen Testmöglichkeiten im hauseigenen Prüflabor setzt Wolfkraft für die Zukunft neue Maßstäbe in der Qualitätsprüfung und Sicherung ihres Lochsägensortiments. Untertitelung des ZDF für funk, 2017